Meine Art wird zur Verteidigung Ravendreths aus Stein erschaffen. Widerlich, dass unser einstiger Meister unsere Loyalität missbraucht. Es ist Zeit, unseren früheren Meister zu entthronen. Was wir jetzt tun, tun wir zum Wohle der Schattenlande. Wohle der Schattenlande Seht nur, Remornia. Die tapferen Sterblichen trotzen allem, was wir ihnen entgegenwerfen. Uns bleibt wohl keine Wahl. Wir müssen uns ergeben. Ich habe eine bessere Idee, Meister. Lasst mich sie aufschlitzen. Hm. Das ist eine Idee. Wir könnten diese weinerlichen und engstirnigen Kreaturen häuten und ihre Knochen für unseren Aufstieg nutzen. Was tun, was tun? Bitte, Meister! Es ist so lange her, dass ich lebende Opfer hatte. Lasst mich sie aufspießen. Aufschließen, zerteilen, ausweiden, streifen aus ihren... Immer mit der Ruhe, Remornia. Eile ist so... Unschicklich. Ich werde unseren Gästen bei der Sühne helfen. Sobald sie bereut haben, dürft ihr sie in Stücke reißen und ihre Seelen schreiend in den Schlund schicken. Eure Stolz ist euer Verständnis. Beschwebt eure Sünden, bevor sie euch beschlügt. Eure Eitelkeit kostet euch alles. Schmerz reinigt die Seele. Schmerz reinigt die Schmerz. Schmerz reinigt die kleinen Schmerz! Verschließt eure Sünden, bevor sie euch verschlägen. Jeder! Ihr Sperr, wo er sonst ist, zu sterbliche. Kniecht auf Knien zu mir. Ergibt euch, und euer Tod wird mehr gesagt. Und ihr leidet bis in Anerkennung. Schreibt für mich! Genug Luft! Ich habe mich geduldig zurückgehalten. Ich war sogar hüpflich. Luft! Spürt meinen Zahn! Spürt meinen Zahn! Ich bin nicht mehr! Das ist nicht das Ende, Meister! Lasst mich anstreppen! Die Klinge hat seine Essenz absorbiert. Sobald wird euch zurückholen, Meister! Die Rache ist unser! Nein! Denatrius wird sich für seinen Verrat verantworten. Verräterischer Prinz! Ich werde euch aufspießen, aufschnitzen, ausweilen, euch entschätzen! Das reicht jetzt aber wirklich! Ruhe! Mit Sobber! Wer ist Deja? Untertitelung des ZDF, 2020